oh mein ganzer körper tut weh wieso immer wenn ich aufstehe tut mir was weh das ist nicht ich bin nicht so hinten wie der typ nein danke ich nehme erst mal das brot mit aber der typ macht mir irgendwie was du brauchst keine angst vor mir haben komm mit mir du siehst aus wie der boden und ich glaub nicht dass ich durch diese gitter sterbe kann oh nein nein da geh ich nicht an du bist einer der böseren sagen wir es so ich bin nicht böse ich hab nie was getan ich bin nicht böse du bist nicht böse aber sagen wir du hast eine größere Macht als andere und kommst hierdurch also wenn du dich vertraust ich werde dir nicht vertraut ich bin nur heraus und wieso ist das tor verschlossen weil ist die nicht geöffnet warum darf ich nicht nachher ruse zum mystery zu meinen ich will nicht Richtung geil auch nie das sind gitter ich will keine gitter die gitter machen Angst es tut aber so weh es tut aber so weh es geht ok siehst du die Lava diese Lava wird hochkommen und dich mit einem kreifvollen Tod derben lassen ich will nicht aber wenn du dich vertraust und zu mir gehörst kannst du diese Rüstung und das Schwerk bekommen und wir alle mögen Rüstung und Schwerk ich werde dir niemals vertrauen mystery ist ja dir nicht vertraue mystery ist böse nein ist er nicht er hat mir immer gehören einfach zu ihm bin ich lieber vertraue mir nein vertraue dir nicht mystery äh weißt du warum er schwarzes Zeug im Gesicht hat nein er hat es mir nie gesagt er weiß es aber er will es vor die Vereinigten nicht wieso er hat Menschen getötet nee hat er nicht bitte wie würde er nie sowas tun er hat er noch zu tun rausgelegt Familie und Kinder hat mich sogar auch Frauen und alles getötet das würde mystery nie machen Händler die eigentlich Rüstung und Schwerter geben hat er getötet und das alles nur wegen seiner schwarzen Seite ich vertraue dir nicht aber ich komme trotzdem mit oh wirst du die Rüstung ich will oh ich will ich will oh kommst du mit mir kurz kommst du mit mir kurz kommst du zu auch auch was ist das leg dich mal dahin was ist das Ich hoffe, es wird nicht wehtun. Was ist passiert? Ich fühl mich irgendwie anders. Du hast jetzt bessere Ausrüstung. Wie sehe ich denn bitte aus? Willst du denn nun die Rüstung? Ja, ich will die Rüstung. Du darfst sie dir leben. Ja, Rüstung. Wie sehe ich aus? Ganz gut. Man sieht mich. Ich fühl mich stark, mein Meister. Das ist gut. Gut. Komm mit. Ich lass dich jetzt wieder freuen. Normale Welt. Ja, mein Meister. Wenn du einen Mysteriesenzauberer siehst, er hat ihn nichts. Er ist das Allerböseste. Er wollte dir Rüstung geben, die dich töten lässt. Junge Meister. Ja, mein Meister. Ja, mein Meister. Ich würde ihn töten, mein Meister. Dann würde ich mal sagen, ciao Leute. Danke an Mystery, der mit dem Stimmverzehrer so nett war und mitgespielt hat. Bei ihm gibt es auch eine Folge, die sehr spannend war. Ja. Und eben, naja. Wenn euch das neue... Du bist so ein Vollidiot, ey. Scheiße, ich wollte nach. Du machst einfach so richtig die Tür kaputt, so. Ja, interessiert mich doch nicht. Ja, ich hab gedacht, die geht irgendwie auf, aber scheiß drauf. Sie ging ja nicht auf. Bei Mystery hab ich auch was schönes gebaut, ja. Ja, schön. Und, naja, ich hoffe, euch gefällt das neue Modell von unserem Projekt. Also wir haben uns jetzt gedacht, dass wir ein bisschen mehr Sachen reinstecken da ins Projekt. Also, haben wir 1.10 gemacht, Leute. Ist geil. Ja. Und vielleicht ein paar andere Mods genommen. Warum machst du eigentlich alles kaputt? Du bist gemein. Guck dich an, Alter. Du bist ein fieser Typ. Ich will auch. Du schlägst mich die ganze Zeit. Du bist auch noch so klein. Oh, guck, 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 guck. Ah. Okay. Abonniert ihn. Lass ein Like da. Und ja. Hahahaha. Jetzt dürbst du. Okay, lass ein Like da bei ihm. Lass ein Like da, abonniert mich und Mystery. Ja, abonniert Mystery. Ja, abonniert Mystery, ja. Und, ähm, dann würde ich mal sagen, tschau, Leute. Ich hoffe, euch hat das wieder gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.